Man kann sich bei der Wahl einschreiben, um Leid kennenzulernen, um sich zu präsentieren. Vielleicht sucht ja jemand anderes vom Wahl auch, dann findet er auch eventuell Leid. Und ganz wichtig ist von mir, Synergien in der Kunst zu finden. Also jemand macht zum Beispiel Filme, aber sucht jemand, was Musik macht oder umgekehrt. Und das ist eben ganz wichtig, das Synergien zu finden. Also jemand ist, was Musik macht oder umgekehrt. Bis zum nächsten Mal.